. Genau wie stehen bleiben, Hände hoch, sofort. Sofort, Hände hoch. Ihr verpisst euch alle, sonst töte ich euren Kollegen. Wir sollen wegfallen, ihr habt Kopfschmerzen. Na, geil. Da kommt Kops. Hände hoch, sofort. Sofort, Hände hoch. Alles gut, alles gut. Hey lol, er hat neuladen auf hinter uns. Das ist ein Mimi, Digga. Neuer Mimi-Laden. WTF, was? Ja, zieh mal Maske ab, dann können wir gucken. Ach, der heißt sogar Mimis. Ja, stabil. So, dann gehen wir ihm gucken. Hat der zwei? Nee, der andere ist weg. Wie? Komm mit. Ja, warte. Die Verkäuferin ist sofort da, ich halte hier die Stellung in, ob keiner einbricht. Was? Die Verkäuferin ist sofort da, ich halte hier nur die Stellung. Und wer bist du? Ich? Ja. Irgendein Typ, der sich dafür ausgibt, wie ein Verkäufer. Die. Also du arbeitest hier, du arbeitest hier gar nicht. Nee. Dann komm mal hinter der Theke weg. Dann verzieh ich da hinter der Theke. Warum seid ihr so frech? Wie frech? Wir kennen die Ladenbesitzerin. Ja, wie? Ehrlich? Ja. 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 Du bist frech. Weißt du, wer das ist? Weißt du, wer das ist? Weißt du, wer das ist? Und dann kann ich dir mal zeigen, wer frech ist. Der, wer bist du überhaupt jung, ne? Nee, droht mir gerade. Juck dich nicht. Ja. Ja, dann komm doch mal da hinten rum und dann zeig ich dir, wie was juckt. Hä? Ja, komm. Ja. Ey, Sky, wer ist das? Ein frechers Stück Scheiße, Digga. Hey, raus aus dem Laden hier, aber zack, zack. Alle. Ich bin scheißegal. Raus jetzt hier. Ja, ich stech ihn gleich ab. Verpisst euch raus hier. Ansonsten stech ich euch ab. So ein Hund, Digga. Ja, siehst du, wenn Fremde im Laden sind... Dein Schutt ist da, ne? Ja, dein Schutt ist da. Am besten packst du dein Messer weg und ich pack mein Messer auch weg. Hey, chillt mal. Jetzt überlegen, mit wem du dich anlegst, du kleiner Spasti. Jungs, jetzt chillt doch mal, Mimi, wusste da vorne. Und du packst jetzt dein Messer weg. Ja, pack dein Messer auch weg, Junge. Was los mit dir? Du verpiss dich jetzt hier. Abfall. Ja, dann pack dein Messer weg, dann verpiss ich mich hier. Verpiss dich hier. Pack dein Messer weg und ich verpiss mich hier. Du verpiss dich jetzt hier. Pack dein Messer weg und ich verpiss mich hier. Mhm. Bist du sicher, dass du mir so ne Ansage drückt wirst? Wie, warum hast du den Messer raus? Weißt du, wie du dich grad anlegst, Junge? Verpiss dich jetzt hier. Safe? Ja, gut, du fress dich jetzt. Wie du dich anlegst? Also, verpiss... Du bist so ein Mimi-Arbeiter, oder was? Du legst dich grad mit dem Kiez an, du mal Spasti. Also, verpiss dich jetzt. Verpiss dich jetzt hier. Gib dir 30 Minuten, ansonsten stell ich dich ab. Geil, das gibt Beef in den Borders. Ja, anscheinend meinte sie, dass sie ihm das wohl erlaubt hätte. Aber ja, hat so getan, ob er dahinter steht und das lustig macht. Weißt du? Hier, den willst du? Ja. Gott. Okay. Der geht immer schief. Der geht immer schief, ja. Lass dich drüber reden. Lass bitte nicht drüber reden. Der geht echt immer schief. Ja, warum? Deine Maske. Geil. Okay, jetzt, 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 jetzt. Nee, ne? Oh. Fahrt weg. Wir sollen wegfahren. Wir sollen wegfahren, der Kopfschmerzen. Na, geil. Da kommt Korps. Fahr, 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 fahr. Scheiße. Oh nein. Hoffentlich kannst du Auto fahren, Kollege. Ah, ah, kann ich nicht. Ganz ruhig, mal entspannt bleiben. Oh. 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 Uh. Oh. Oh. Ich habe keine Raffel. Aussteigen! Jetzt! Sofort! Sofort! Aussteigen! Das ist kein Problem, ich steige aus! Genau, wir stehen bleiben, Hendo! Sofort! Sofort! Hendo! Ihr verpisst euch alle, sonst töte ich euren Kollegen! Ihr verpisst euch jetzt sofort! Sonst ist euer Kollege tot! Ja, hörst du mir genau zu! Sie lassen den Kollegen in Ruhe! Sie steigen in die Fahrt und fahren wieder! Ich will ein Fahrzeug von euch! Ich mache ihnen ein Angebot, ich mache ihnen das Auto auf, mache den Motor an und sie können damit los! Ist das ein Deal? Es ist ein Deal, du machst ja sofort das Auto an! Dann nehme ich meine Hände runter und mache das Fahrzeug an, ja? Ihr steigt alle neue Auto ein, jetzt! Wir steigen in unsere Fahrtöge ein! Komm her, komm her, komm her, komm her! Renn, 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 renn! Das ist so krank, ne? Ist mir scheißegal, ich gehe eh habs! Oh, mein Scheiß! Renn richtig! Oh mein Gott! Der Kopfwagen geht da richtig ab, Alter! Ey, die können den Orten, ne? Ja, ich weiß! Über das Bestbläuble, ruhig! Sind die hinter uns? Nee, ist keine hinter uns, aber die können, wie gesagt, Orten! Ja, entspannlich, ich weiß das! Doch jetzt sind die hinter uns! Ah, echt? Ja! Einer auf jeden Fall! Wie sieht die Scheiße aus hier? Ich will die Sirene nicht mehr hören! Äh, äh, Knopf mit, äh, da ist ne drauf, glaube ich! Kacke! Ich weiß nicht wohin, ich weiß gar nicht, wo ich bin! Besserlich! Au! Flüchte, flüchte, flüchte! Lauf, 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 lauf! Ah! Kann nicht! Ah! Ja, ja, ja! Ah! 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 Au! Kack! Die Kratzen hoch zum Gebäude! Ey! Hände hoch! Hände hoch! Sofort! Sofort! Hände hoch! Alles gut! Alles gut! Ah! 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 Also nicht, rhabzäger! Einer liegt auf dem Boden! Ah! Ah! Das war nicht so klug! Ah! Ah! Das war nicht so klug! Ah! 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 er hat sich drüber hinweg wir müssen sie die waffe weg Prozent das war man mit jedem Wunder von hinten wieder zu werden ich sehe selten doof dass er da oben drunter springt ja gut macht er keine Absicht mein herr, wie geht's dir? ah kacke im Wohlenmedizin, wo ist denn was? ja jetzt erzähl mal, jetzt machen wir hier kein Geheimnis draus so, ich sehe das ja eh gleich, aber erzähl mal hier 1400 wie viel? 1400 einheiten? ja das ist ja einheiten was? ne 500 denn, 2500 oh, Klett 100 unterschlagen Ohhhh! Wie viel ist das in Dollarn? Um die 12.000 hatte ich so mitbekommen irgendwie. Ja, das geht sogar noch. Puh, das geht sogar noch. Cool, oh, kann man doch mal nachschätzen. Na halt. Dann kriegen wir jetzt mal ein mehr drauf. Dann dreh dich das nächste Mal nochmal nach. Ja, das geht doch mal. Das geht.